Das ist Frau Weber, unsere Adressatin. Sie lebt in ihrem eigenen System. Dieses System steht in Interaktion mit der Umwelt und anderen Systemen, die sich gegenseitig beeinflussen. Dies könnten zum Beispiel Beziehungen sein. Frau Weber hat ein Problem und braucht Hilfe. Dazu nimmt sie Kontakt zu Herrn Fuchs aus einer Beratungsstelle auf. Um Frau Weber zu helfen, muss der Fuchs, speziell als systemischer Berater, folgende Vorgehensweise beachten. Ziehung aufbauen, Anliegen konkretisieren, Bearbeitungs- und Lösungsebene finden und Impulse geben. Um dem nachzugehen, greift der Fuchs auf Fragetechniken der systemischen Beratung zurück. Diese werden zirkuläre Fragen genannt. Zirkulär bedeutet, Information gewinnen und Information geben. Herr Fuchs steht eine Auswahl an Fragetechniken zur Verfügung. Bei Frau Weber entscheidet er sich für folgende. Informationsfragen, Zielfragen, Fragen nach Problemen, Fragen nach Ausnahmen, Fragen nach Ressourcen, Wunderfragen, Wunderfragen und Skalierende Fragen. Diese werden nun nacheinander erklärt. Informationsfragen helfen Herrn Fuchs, erste Angaben über das Anliegen von Frau Weber zu erfahren. Beispiel Was erwarten Sie von mir als Berater? Zielfragen Durch Zielfragen hilft Herr Fuchs, Frau Weber ihre Ziele für sich zu benennen. Beispiel Was wünschen Sie sich für den morgigen Tag? Fragen nach Problemen Fragen nach Problemen verdeutlichen Frau Weber, inwieweit sie ihre Probleme selbst aktiv aufrechterhält. Dadurch hat sie die Möglichkeit zu erkennen, wo sie ihre Probleme ablegen kann. Beispiel Was müssten Sie tun, um ihr Problem zu verschlimmern? Fragen nach Ausnahmen Mit den Fragen nach Ausnahmen kann der Fuchs, Frau Weber, verdeutlichen, wann ihr Problem nicht auftritt. Beispiel Wann tritt das Problem nicht auf? Fragen nach Ressourcen Um Lebensbereiche und Situationen von Frau Weber zu erfassen, in denen sie sich wohl und kompetent fühlt, stellt man die Frage nach Ressourcen. Beispiel Was gefällt Ihnen an sich selbst? Wunderfragen Wenn Herr Fuchs Frau Weber die Wunderfrage stellt, möchte er ihr ermöglichen, eine Situation herzustellen, die zwar unwirklich, aber ohne Folgen für sie bleibt. So kann sie erkennen, dass sie Dinge als Wunder definiert, die eigentlich schon existieren können. Beispiel Woran könnte man erkennen, dass das Wunder passiert ist? Skalierende Fragen Skalierende Fragen setzt der Fuchs ein, um Frau Weber dazu zu verhelfen, ihre Sichtweisen einzuschätzen und zu gewichten. Beispiel Wie stark belastet sie die momentane Situation auf einer Skala von 1 bis 10? Nach Beendigung des Beratungsprozesses ist Frau Weber in der Lage, ihr System besser zu verstehen und neue Handlungsweise zu gebrauchen. Dazu musste Frau Weber ihre Beziehungskonstellationen aufbrechen und Verhaltensweisen erkennen. Um eigene Lösungsstrategien selbst zu entwickeln, waren ein Perspektivwechsel und die Umdeutung ihrer Sichtweisen wichtig, damit neue Denkprozesse entstehen konnten. Somit haben die zirkulären Fragetechniken durch Herrn Fuchs, Frau Weber dazu verholfen, ihr Anliegen selbstwirksam zu klären. Weiterhin kann Herr Fuchs, Frau Weber daran unterstützen, sich der Lösung ihres Problems zu nähern. Dies ist ein Film von Johann Fuchs, Frau Weber, Johanna, Eileen, Katharina, Svenja und Lena. Untertitelung des ZDF für funk, 2017